Becky und ich waren seit sieben Jahren verheiratet, obwohl mir die Bedeutung dieser verräterischen Zahl damals nicht bewusst war. In den ersten Jahren hatten wir nur Sommer und Wein, beide hatten gute Jobs, tolle Aussichten und viel Geld übrig. Im zweiten Jahr nahmen wir eine Hypothek auf, um unser eigenes Haus zu kaufen, aber im sechsten Jahr hatte meine liebe Frau Becky, die immer nach Höherem strebte, uns zu einem noch größeren, besseren und natürlich teureren Haus gedrängt. Ein freistehendes Haus mit vier Schlafzimmern in einer recht exklusiven Wohnsiedlung am Stadtrand, mit Doppelgarage, hochwertiger Küche und, oh Wunder, einem Designer-Wintergarten aus Eichenholz. Es war schön und, um ehrlich zu sein, ich mochte es sehr. Aber Becky war sofort begeistert, als sie es zum ersten Mal sah und gab keine Ruhe, bis wir uns bis zum Anschlag verschuldet hatten, um es zu kaufen. Es war ihr Traum. Kein Problem, wir hatten das nötige Einkommen, um es zu finanzieren, obwohl das 95-prozentige Darlehen, das wir aufnahmen, damals einen großen Teil unseres Geldes verschlang. Aber wir schwammen auf der Welle wie so viele andere auch und wer hätte in diesen berauschenden Tagen des ersten Jahrzehnts des neuen Jahrhunderts gedacht, dass die Immobilienpreise nicht immer weiter steigen würden. Wir konnten nichts falsch machen. Das Haus allein würde uns beide reich machen, da die Preise immer weiter stiegen. Nun, das taten sie doch die ganze Zeit, oder nicht? Jeder wusste es. Es gab kein Risiko. Dann kam Northern Rock, die erste britische Bank, die in Schwierigkeiten geriet. Und kurz darauf folgten alle anderen. Die Royal Bank of Scotland hätte pleite gehen dürfen. So hoch waren die schlecht verhandelten Schulden, die sie noch hatte, und selbst in Amerika mit Fannie Mae und dem Rest internationale Finanzkrise. Probleme für sie bedeuteten Probleme für uns. Insbesondere als eine dieser Banken begann, Mitarbeiter zu entlassen und Becky eine von tausenden Namenlosen wurde. Kein Job, kein Einkommen und in diesen düsteren Tagen des Jahres 2008 keine Aussicht auf eine baldige Lösung. Ich hatte zwar noch meinen Job, aber selbst wir hatten Probleme. Und so sehr sich Becky auch bemühte, es gab einfach keine vergleichbare Arbeit für sie. Problem. Wir überlebten etwa zwei Monate, ohne unseren Lebensstil zu ändern, unsere Kreditkarten nacheinander bis zum Limit auszunutzen und unsere Überziehungskredite bis zum Limit auszuschöpfen. Dumm, dämlich, töricht. Ja, ich weiß. Ja, natürlich waren wir all das. Aber nach den sorglosen Tagen, in denen wir aufgewachsen waren, haben wir es einfach nicht kommen sehen. Oh, hätten wir doch nur die Weisheit unserer Eltern gehabt, die sowohl gute als auch schlechte Zeiten erlebt hatten. Oh, hätten wir nur den alten Kopf auf jungen Schultern. Zwangsvollstreckung. Letzte Mahnung der Bausparkasse, dass sie unser geliebtes Haus wieder in Besitz nehmen würden, wenn wir nicht anfangen würden, unsere Schulden zu begleichen und unser Darlehen in Ordnung zu bringen. Becky weinte. Und ich konnte sie nicht trösten. Sie gab sich selbst die Schuld für den Verlust ihres Jobs. Und egal, wie sehr ich versuchte, sie vom Gegenteil zu überzeugen, sie wurde immer verzweifelter. Angie, ihre beste Freundin, brachte Becky wieder auf die richtige Bahn, auch wenn ich mir BI der Art und Weise, wie sie es tat, etwas Sorgen machte. Wenn du mit deinem Verstand keinen Job bekommst, Freundin, sagte sie eines Abends zu meiner Frau, dann mach es wie ich und nutze dein Aussehen. Nun, vielleicht sollte ich das erklären. Angie war einige Monate vor Becky entlassen worden, als die Versicherungsgesellschaft, für die sie im mittleren Management gearbeitet hatte, pleite ging. Wie Becky hatte sie keine andere Möglichkeit gefunden und sich bald in den Bars der Gegend angeboten, um zu sehen, ob sie etwas zu bieten hatten. Ein Blick auf Angie und ein atemberaubend hübsches Mädchen, das auf den schönsten langen, schlanken Beinen stand, die man sich vorstellen kann. Sie fand bald Arbeit hinter einer Bar im Stadtzentrum. Und ich bezweifle nicht, dass die wöchentlichen Einnahmen der Bar durch ihre Ankunft nicht im geringsten beeinträchtigt wurden. Angie war Single oder zumindest von ihrem Ex-Mann Nigel geschieden, der sie in der gemeinsamen Mietwohnung sitzen gelassen hatte, als er nach Dubai ging. Das reimt sich sorry, das war wirklich nicht beabsichtigt. Nigel war eigentlich mein bester Freund an der Universität gewesen und schau, warte mal, ich greife vor, nicht wahr? Gehen wir doch ein paar Jahre zurück, ja? Gehen wir doch gleich zwölf Jahre oder noch weiter zurück. Nigel und ich, ich heiße übrigens Rob, kamen für unser letztes Jahr an der Loveboro University an und waren zuversichtlich, dass wir am Ende des Jahres als Bauingenieure qualifiziert sein würden. Wir waren nicht gerade die fleißigsten Studenten, aber wir haben uns bemüht, alle Prüfungen zu bestehen und jede Studentin zu beeindrucken, die in unserer Nähe saß. Und nicht nur Studentinnen, auch die Mädchen aus der Stadt waren sehr begehrt und zumindest was Nigel betraf, stand auch eine der Ehefrauen der Dozenten auf seiner Liste. Es war die Woche der Erstsemester, in der die neuen Studenten eine Woche vor der allgemeinen Rückkehr ankamen, um sich ein wenig einzugewöhnen und zu sehen, was die Universität zu bieten hatte. Die Studenten im zweiten, dritten und vierten Jahr kamen erst in der folgenden Woche zurück, es sei denn, man war in einem der Clubs oder Sportvereine aktiv und erklärte sich bereit, früher zurückzukommen, um einige der Neuankömmlinge zu betreuen. Nigel und ich haben uns immer freiwillig gemeldet. Wir waren sehr gut darin, die Neuankömmlinge zu integrieren. Denken Sie daran, dass viele von ihnen weiblichen Geschlechts waren. Der Erstsemestlerball, eine wunderbare Einrichtung, bei der die Erstsemester einen großen Tanz in der Union hatten, um sich kennenzulernen. Das hat bei uns funktioniert. Es war wie eine Speisekarte mit allen neuen Talenten oder wie es früher genannt wurde. In diesem Jahr schauten wir uns in der Union Bar um und streiften dann durch den Tanzsaal, um Talente zu entdecken. Es gab viele davon, aber die Erfahrung hatte Nigel und mich gelehrt, nicht bei der ersten Gelegenheit zuzuschlagen. Immerhin waren wir Finalisten, hatten ein Auto, das den Erstsemestern nicht erlaubt war, und in unserer übersteigerten Selbstüberschätzung dachten wir, wir hätten das gottgegebene Recht, die hübschesten Mädchen abzuschleppen. Seltsamerweise schienen uns viele Mädchen zuzustimmen und wir schwirrten von Gruppe zu Gruppe und versprachen, wiederzukommen. Dann sahen wir sie dort zusammen tanzen. Zwei kleine Engel, beide 18, süß und hübsch, frisch von der Schule und ein hübscheres Paar hat man noch nie gesehen. Beide blond, wie es schien. Und beide absolute Traumfrauen in ihren engen Minikleidern, die in ihren hübschen kleinen Highheels endlos lange Beine zeigten. Ich schätzte, dass die schlankere vielleicht One 65M groß war und das kurvigere Mädchen nur ein bisschen kleiner. Fragen Sie mich nicht, welche BH-Größe sie wohl hatten, denn keine von ihnen schien sich um die Passform ihrer Outfits zu kümmern. Zumindest nicht die mit den großen Brüsten. Und das Kleid des schlankeren Mädchens hatte auch nicht viel Rücken. Also war klar, dass sie sich auch nicht darum gekümmert hatte. Sagen wir einfach, dass uns die Anwesenheit der einen und die fantastischen Beine der anderen zunächst umgehauen haben. Nicht, dass der Rest von ihnen nicht auch wunderschön gewesen wäre. Sie tanzten ganz für sich allein, wirbelten herum und bewegten ihre schlanken, jungen Körper auf die Art und Weise, wie es sich für schlanke, junge Damen gehört. Eine Gruppe unsicherer Jungs aus dem ersten Jahr hatte sich versammelt, um ihnen zuzusehen, und alle fragten sich, wer wohl der Erste sein würde, der den Mut aufbringen würde, sie auseinanderzubringen. Keine Chance. »Hi, Mädels«, begrüßte mein Kumpel sie, als wir uns zwischen sie stellten. »Ich bin Nigel und das ist mein Kumpel Rob.« Sie lächelten uns an. Nun, keiner von uns sah so schlecht aus und ich denke, unsere selbstbewusste Art muss etwas bewirkt haben. »Wir sind Finalisten«, fuhr Nigel grinsend fort. »Und wir haben ein Auto.« Mein Kumpel Nigel konnte gut mit Worten umgehen. Er wusste, worauf es beim Anmachen von Frauen ankommt. »Und wir sind im Rugby-Team und ich bin Kapitän der Tennismannschaft«, fügte ich hinzu. »Und damit waren wir drin.« »Ich bin Becky und das ist Angie«, sagte die Kurvige mit einem leichten nordenglischen Akzent. »Wir waren zusammen in der Schule und sind jetzt zusammen auf der Universität. Dann sollten wir euch beiden Mädels wohl einen Drink spendieren«, schlug ich vor, da die Länge ihrer Kleider darauf hindeutete, dass es sich um eine gute Investition handeln könnte. Sie stimmten zu und folgten uns zur Bar, wobei sie eine Spur enttäuschter Erstsemester hinter sich ließen, die sehnsüchtig der Beute nachstarrten, die ihnen entgangen war, als sie mit den beiden Finalistinnen davon stolzierte. Das hat sich gut angefühlt. »Hier, Mädels«, sagte Nigel, als er ihnen ihre Drinks gab. »Ein halbes Bier für jede von euch und ein Pint für Rob und mich. An der Universität muss man mit neuen Bekanntschaften die Rahmenbedingungen klären. Als wir noch einkaufen gingen, gab es keine dieser ausgefallenen Drinks, keine Gin Tonics, keine Bacardi Cola oder irgendwelchen anderen Mist. Bier war billiger und hielt länger. Wenn es etwas ernster wurde, dann konnten sie vielleicht ein volles Pint wie wir vertragen. »Danke«, riefen die Mädchen, als sie die Gläser vorsichtig an ihre Lippen hoben. Ein paar unsichere Schlucke machten deutlich, dass sie nicht gewohnt waren, Alkohol zu trinken. Wir kannten das Gefühl und hatten es schon oft erlebt. Es war neu, aber sie würden sich bald an die neue Lebensweise gewöhnen. »Seid ihr beide echte Blondinen?«, fragte Nigel, und bewies damit einmal mehr sein Feingefühl und seine Kenntnis der Feinheiten der englischen Sprache. Die beiden Mädchen sahen sich an und kicherten wie die beiden Schulmädchen, die sie bis vor wenigen Wochen noch gewesen waren. »Nun«, ermutigte mein Freund sie grinsend, »seid ihr es oder nicht?« »Eine von uns ist blond, die andere nicht«, informierte uns Angie Keck. »Könnt ihr erraten, wer welche ist?« »Wir rieten. Sie sagten uns, dass wir falsch lagen.« »Beweist es«, trumpfte Nigel auf, »und die Bedeutung seiner Herausforderung wurde von keinem von uns übersehen.« »Wer weiß?« »Wenn wir es schaffen, sie zurück nach Rutherford in unser Wohnheim zu bringen, lassen sie uns vielleicht die Oberteile und die Unterteile vergleichen, um sie zu überprüfen. Das war zwar ein ziemlich gewagter Plan für zwei Mädchen, die wir gerade erst aufgegabelt hatten, zwei kleine Unschuldige, die gerade erst die Schule verlassen hatten, aber man konnte ja nie wissen. Die beiden Mädchen warfen sich einen Blick zu, lächelten und kicherten dann wieder. Sie waren beide sehr kicherig. »Bist du dabei, Angie?«, fragte Becky und ihre Freundin nickte. »Eins, zwei, drei«, skandierten die beiden und weigerten sich, uns in die Augen zu sehen. Dann zu unserer Überraschung. Genau dort in der Gewerkschaftsbar fassten die beiden Frauen den Saum ihrer winzigen, engen Minikleider und zogen sie mit einer Hüftbewegung hoch über die Hüften, bis der Saum fast bis zur Taille reichte. Sie zeigten uns ihre Unterwäsche. »Kommando! Zwei süße kleine Ex-Schülerinnen in Miniröcken, die sich für die Nacht in Stellung gebracht hatten. Sie hatten nicht mal einen Slip an. Nigel und ich starrten ungläubig auf die beiden hübschen jungen Frauen, die sich uns da offenbarten. Beide ordentlich frisiert, aber eine Blond und eine Dunkelbraun. »Ich bin die Blonde«, rief Angie. »Und meine Haare sind gefärbt«, fuhr Becky fort, wobei die süßen kleinen braunen Locken zwischen ihren Beinen den Kommentar eigentlich überflüssig machten. »Um Himmels Willen, Mädchen, bedeckt euch«, rief Nigel, als einige Männer an der Bahn näher kamen, um einen besseren Blick zu erhaschen. »Okay«, sagte einer von ihnen, und sie zogen ihre Kleider wieder über ihre Hintern. »Frech!« »Jetzt war der Moment gekommen, die beiden in unser Zimmer zu locken, bevor die Wölfe, die uns umkreisten, versuchten, sie uns wegzunehmen. Also setzte Nigel seinen natürlichen Charme ein, um sie auf subtile Weise zu überreden. »Wie wäre es, wenn ihr mit auf unser Zimmer kommt, um etwas zu trinken?« Er musste fast schreien, um sich gegen den Lärm um uns herum durchzusetzen. »Okay«, sagte die schlanke Blonde die Echte, »und mit einem Arm um jede von ihnen nahmen Nigel und ich sie mit auf einen Abend voller Spaß.« So einfach ist das also nicht? Sie wissen schon, wenn man denkt, man hat alles im Griff, und dann kommt jemand und wirft einen Knüppel ins Getriebe. Da sind ich, mein Kumpel Nigel und zwei wunderschöne junge Frauen, die sich auf einen schönen Abend gefreut hatten. Wir gingen in unsere Studierzimmer zurück, und wen fanden wir dort? »Cedric, der verdammte Cedric. Cedric, der sich unseren Lernbereich mit Nigel und mir teilte. Er war Franzose, aber nicht so, wie man es erwarten würde. Der dumme Sack hatte überhaupt keine Ahnung. Da saß er nun und wälzte irgendein Dokument, und das Universitätsjahr hatte gerade erst begonnen. »Hey, Ced«, rief Nigel, als wir mit unseren Gästen ankamen, »könntest du uns etwas Platz machen, alter Junge?« »Das war nett ausgedrückt«, dachte ich. »Non«, »nichts ist so negativ wie ein französisches Nein, und die Zeit hat mir gezeigt, dass das wohl immer so bleiben wird. »Komm schon, Ced«, ermutigte ich ihn. »Geh und mach das in deinem Schlafzimmer fertig. Nigel und ich haben Besuch.« »Non«, »oh nein«, die herzliche Einigung stand kurz vor dem Scheitern. »Was sollte ich tun?« »Cedric, Schatz«, sprach Angie ihn verführerisch an. »Bitte, Schatz, könntest du uns nicht etwas Zeit allein geben?« »Bitte, Cedie, Schatz«, stimmte Becky ein. »Nur für eine Weile.« »Non«, und das, obwohl die beiden Mädchen vor ihm posierten und schmollend reinschauten. »Ich zeige dir mein neues Kleid, wenn du gehst«, schlug Angie vor. »Das war neu.« »Ich auch«, fügte Becky mit fast unvernünftigem Enthusiasmus hinzu. »Petit«, erwiderte Cedric, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und betrachtete unsere Eroberungen. »Allez, s'il vous plaît.« »War er etwa dickköpfig?« »Okay.« »Ich hatte mich geirrt.« Und als er sie ausgiebig begutachtet und kurz befummelt hatte, waren Nigel und ich kurz davor, die Flinte ins Korn zu werfen. Der Franzose hatte unsere beiden Mädchen vor uns bekommen. Egal. Geduld. Zehn Minuten später teilten wir die Mädchen auf. Nigel bekam Becky und ich Angie. Er hatte die eine und ich bekam die andere. Na gut, ich hatte mich schon immer mehr für andere Dinge interessiert. Außerdem hatte ich ja die echte Blondine. »Okay, geben wir es zu. Ich war mit ihr zusammen. Natürlich war ich das. Aber ich hatte nicht erwartet, dass sie in Tränen ausbrechen würde. Zwei naive Mädchen, die wir hier aufgelesen haben, hatte Nigel mir vorhin noch zugeflüstert. Wir hängen kurz mit ihnen ab und sehen, wie es läuft. Eine Stunde später hatten wir die beiden schluchzend und weinend und schütteten ihr Herz aus. Zwei kleine Schulmädchen aus dem Norden, die versuchten, erwachsen zu wirken. Die versuchten, an ihrem ersten Tag in ihrem neuen Leben an der Universität kultiviert zu wirken und die uns getroffen hatten. Jungfrauen waren sie beide, aber leider nicht mehr. Ich war mit Angie zusammen und Nigel kümmerte sich um Beckys Situation. Was für eine Einführung ins Universitätsleben. Vielleicht hätten wir uns an dieser Stelle von ihnen trennen sollen. Aber andererseits haben sie Angie und Becky noch nicht gesehen. Und kein Mann, der BI Verstand ist, würde freiwillig ein so hübsches Paar wie die beiden gehen lassen. Also haben wir es nicht getan. Natürlich nicht. Ich ging mit Angie aus und wir waren eine Woche lang jeden Abend zusammen. Keine Sorge. Kein Problem. Sie hatte schon lange aufgehört, deswegen zu weinen. Leider. Es ist schwer zu beschreiben, warum. Aber eines Abends kam ich vom Tennistraining zurück und sah Cedric mit einem verschmitzten Grinsen im Gesicht dasitzen. Wotre Ami, sagte er zu mir. E ist mit ihrem Petit Ami in The Room La Bar. Übersetzung. Und es ist nicht schwer. Nigel war mit meiner Freundin Angie in seinem Schlafzimmer. Schwein. Meine ersten Gedanken waren, okay, das ist nicht wichtig. Meine zweiten Gedanken waren, wo zum Teufel war Becky? Wenn Nigel mit Angie zusammen war, würde ich das Gleiche mit Becky machen. Was zum Teufel? Was spielte das für eine Rolle Schade um die Beine? Aber Beckys andere Qualitäten würden das vielleicht wieder wettmachen. Und das tat ich auch. Obwohl ich, wie ich später herausfand, nicht bevor Cedric, der Franzose, am Tag vor mir dort war. Wie auch immer. Becky wurde in meinem letzten Jahr meine feste Freundin. Auch wenn ich herausfand, dass man sich schon anstrengen muss, wenn man wirklich seinen Abschluss machen will. Ich weiß zufällig, ob sie mir in diesem Jahr treu war oder nicht. Nein, das war sie nicht. Sie ging mindestens sechsmal mit Cedric aus. Mit Nigel nur einmal, als Angie und ich übers Wochenende wegfuhren. Und mit dem Typen, der auch Kapitän des Football-Teams war. Mist, Kerl. Ich hasste ihn, konnte mich aber nicht beschweren, da Becky und ich eine feste Beziehung hatten. Und das war genau das, was ich in diesem hektischen letzten Jahr brauchte. Prüfungen verdammt schrecklich. Ergebnisse hätten besser sein können. Abschluss. Fantastisch. Das Ende des Studentenlebens und der Ernst des Lebens standen bevor. Becky und ich versprachen uns gegenseitig treu zu sein, obwohl keiner von uns das wirklich ernst nahm. Ich begann mein Erwachsenenleben in der Baubranche, während sie ihr eher sorgloses und unrealistisches Studentenleben fortsetzte. Wir gingen getrennte Wege. Ich besuchte sie ein paar Mal und natürlich waren wir zusammen. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits einen anderen in Aussicht. Und ich wusste, dass ich mir selbst eine neue Partnerin suchen musste. Die Realität holte mich hart ein. Nein, wirklich. Wie beim ersten Mal stürzte ich mich mit 22 Jahren in die Welt der Erwachsenen. Ich machte Fehler. Das tun wir doch alle. Aber ich lernte aus ihnen. Und meine Karriere entwickelte sich allmählich, aber sicher. Ich lernte eine Frau kennen und wir zogen zusammen. Sie hieß Shirley. Und so hübsch sie auch war mit ihren langen, pechschwarzen Haaren, ihrem tollen Aussehen und ihrem tollen Körper, so war sie doch nicht besonders intelligent. Sie arbeitete an der Kasse im örtlichen Supermarkt. Und dafür muss man heutzutage nicht einmal rechnen können. Ich hatte Gerüchte gehört, aber ich wollte sie ignorieren. Zumindest wollte ich mir nicht zu viele Sorgen machen. Eines Tages kam ich früher nach Hause, nachdem die Baustelle wegen des siebten Tages mit Dauerregen geschlossen worden war. Es war natürlich in Manchester und ich fand sie dabei vor, wie sie unseren Vorarbeiter unterhielt. Mick hieß eher Mick Jones, ein netter Kerl aus Stockport. Aber ich glaube, er war Fan von Manchester United, ein guter Arbeiter, ein toller Dartspieler. Und er trank gerne ein Bier. Es ist nicht so, wie es aussieht, rief Shirley laut aus, als ich hereinkam, obwohl es schwierig war, nicht auf ziemlich offensichtliche Annahmen zu kommen, da sie ziemlich nackt auf seinem Schoß saß. Ach, vergiss es, Rob, fügte Mick, der Vorarbeiter, hinzu. Ich dachte, du wärst noch auf der Baustelle, Kumpel. Hattest dich etwa vom Regen vertrieben? Eher angepisst, Mick, ließ ich ihn wissen, obwohl ich nicht wirklich überrascht oder verärgert war. Wie gesagt, sie war strohdumm. Ich sagte ihr, sie solle ihre Sachen packen und meine Wohnung verlassen und ging mit Mick auf ein Bier in die nächste Kneipe. Ich konnte es ihm nicht verübeln und wie ich schon sagte, hatte ich Gerüchte gehört, dass Shirley mit der Hälfte der Bauleitung befreundet war. Als wir zurückkamen, hatte sie den Wink nicht verstanden. Sie war immer noch da. Sie hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, sich anzuziehen. Wir beide hatten eine ganze Menge Intus. Was sollte ich also tun? Wir beide waren die halbe Nacht bei ihr. Sie wollte zwar immer noch am nächsten Morgen abreisen, aber zumindest wurde sie gebührend verabschiedet. Das Letzte, was ich von ihr gehört habe, war, dass sie mit dem Manager von Tesco zusammen war. Ich nehme an, es war ihr Aussehen. Sie war wirklich beeindruckend. Selbst in einem Supermarkt findet man nicht viele davon. Lasst uns einige Monate weitergehen. Neuigkeiten. Fantastische und unglaubliche Neuigkeiten. Ich konnte es kaum glauben, aber Nigel und Angie gaben ihre Absicht bekannt zu heiraten und ich wusste nicht einmal, dass sie sich noch immer trafen. Ich hatte Nigel seit unserem Abschluss nicht mehr oft gesehen und an Angie hatte ich schon lange nicht mehr gedacht. Trauzeuge, wer sonst? Der einzig wahre Ich. Ich geriet in Panik, als ich über die Tischrede nachdachte und da ich seine Familie nicht wirklich gut kannte, fragte ich mich, wie gewagt es wohl sein würde, wenn ich mich trauen würde. Es lief aber gut und ich vermied es, Witze darüber zu machen, dass ich als Trauzeuge die Jungfräulichkeit der Braut genommen hatte. Danach unterhielt ich mich mit den beiden Brautjungfern und tatsächlich war eine von ihnen meine alte Freundin Becky. Na klar, sie war Angys beste Freundin. Sie hatten beide ein paar Jahre nach uns ihren Abschluss gemacht und Becky erzählte mir, was sie seitdem so getrieben hatten. Die beiden Mädchen hatten sich anscheinend niedergelassen, nachdem Nigel und ich gegangen waren. Und natürlich hatten er und Angie ihre Beziehung aufrecht erhalten. Becky hatte in den zwei Jahren, die sie noch an der Uni waren, eine Reihe von Beziehungen gehabt, aber immer nur mit einem Partner zur gleichen Zeit. Seitdem hatte sie anscheinend die Liebe ihres Lebens gefunden, aber diese Beziehung war vor ein paar Monaten in die Brüche gegangen. Es hatte etwas damit zu tun, dass sie herausgefunden hatte, dass sie nicht die Einzige in ihrer Beziehung war, die einen Freund hatte. Ich habe diese Art von Dingen nie verstanden. Das ist nicht meine Art und wird es auch nie sein. Ich bin jetzt ein gutes Mädchen. Ich hatte seit fast drei Monaten keine Beziehung mehr, sagte sie lachend. Im Gegensatz zu meinem Ex-Freund. Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, was mir dieser Kommentar, dass sie seit einigen Monaten keinen Freund mehr hatte, in den Sinn brachte. Und mit genau diesem Gedanken fragte ich sie, was sie am nächsten Tag vorhatte. Ich nehme an, ich gehe mit dir aus, erwiderte sie. Aber wir müssen diesen Abend noch überstehen. Das klang doch schon mal vielversprechend und Sie können sich vorstellen, wie überrascht ich war, als ich sie einige Stunden, einen Schuppen voller Drinks und einige Tänze später auf ihrer Türschwelle einen Gute-Nacht-Kuss geben musste und nicht einmal hereingebeten wurde. Ich will nichts überstürzen, sagte Becky zu mir. Diesen Fehler habe ich schon zu oft gemacht. Aber ich bin es doch, Becky, protestierte ich. Wir sind doch keine Fremden, weißt du? Genau das meine ich, erwiderte sie. Ich weiß, wie du bist. Dann sagte sie mir mit einem Lächeln Gute-Nacht und schloss die Tür hinter sich. Ich war sprachlos. An diesem Abend gab es keinen Kuss für mich und ich ging nach Hause und bemitleidete mich selbst. Der nächste Tag war für uns beide eine Offenbarung. Becky hatte sich wirklich verändert und war genauso wie ich gereift. Inzwischen arbeitete sie in einer Bank, war ehrgeizig und machte sich sehr gut. Ihre wilden Zeiten hatte sie schon lange hinter sich gelassen. Ein Date führte zum Nächsten und ehe wir uns versahen, waren wir ein Paar. Zu meiner Überraschung dauerte es jedoch drei Wochen, bis sie mich in ihr Bett ließ. Die Jahre, die ich sie nicht gesehen hatte, hatten ihr nicht geschadet und sie war immer noch so schön wie eh und je. Wir verliebten uns. Oh, verdammt! Vielleicht war es doch nicht so überraschend. Aber Becky zog B.I. mir ein und weniger als ein Jahr später heirateten wir. Nigel war mein Trauzeuge und rächte sich für die unverschämten, aber wahren Dinge, die ich seinen Hochzeitsgästen erzählt hatte. Natürlich erzählte er nicht jedem, dass er schon vor mir mit Becky zusammen gewesen war, genauso wenig, wie ich ihm von Angie und mir erzählt hatte. Dann bekam Becky zu Weihnachten einen tollen Bonus und wir nutzten diesen als Anzahlung für unser erstes Haus, ein süßes kleines Einsteigerhaus mit zwei Schlafzimmern in der Vorstadt. Ich mochte das Haus wirklich. Aber Becky war ehrgeizig und, wie ich bereits sagte, aufstrebend, wie so viele junge Berufstätige zu dieser Zeit. Nicht, dass ich nicht, nur vielleicht nicht in dem Maße wie sie. Das erste Haus stellte sie recht schnell nicht mehr zufrieden und sie wollte etwas Größeres und Passenderes für unsere aufstrebende Position. Das war nur fair. Obwohl ich mit unserer Wohnung ganz zufrieden war, konnte ich ihren Standpunkt verstehen und es sah nach einer großartigen Investition in einem aufstrebenden Markt aus. Außerdem liebte ich sie wie einen Hundewelpen. Und wenn sie gewollt hätte, dass ich in einem Zelt in der verdammten Wüste lebe, hätte ich wahrscheinlich zugestimmt. Zu dieser Zeit erfuhren wir, dass sich Nigel und Angie leider getrennt hatten und sich scheiden lassen wollten. Nigel rief mich an und erzählte mir, dass er den Wagen verdacht hatte, dass Angie eine Affäre mit ihrem Chef hatte. Sie selbst behauptete jedoch, sie hätte ihn und den Nachbarn von nebenan nackt überrascht. Becky und ich sprachen darüber und waren uns einig, dass Angys Version BI weitem die glaubwürdigste war. Wir waren besorgt, wie wir unsere Freundschaft mit den beiden aufrechterhalten sollten, aber Nigel löste das Problem, indem er einen Job in Dubai annahm. Und abgesehen von einer E-Mail habe ich seitdem nichts mehr von ihm gehört. Nun, das bringt uns wieder zu dem Punkt zurück, an dem ich angefangen habe. Das scheint jetzt schon eine Weile her zu sein, nicht wahr? Ich hatte einen Job, aber Becky war arbeitslos und wir hatten eine verdammt hohe Hypothek auf unserem Haus, die uns im Nacken saß. Wir konnten das verdammte Ding nicht einmal verkaufen, da die Preise eingebrochen waren und wir in die negative Eigenkapitalsituation gerieten. Nutze stattdessen dein Aussehen. Angys Vorschlag hing wie ein Elefant in der Luft. Ich mochte den Klang nicht, aber fairerweise hatte es auch seine Vorteile, wenn meine Frau hinter einer Bar arbeitete. So sehr ich meine Frau auch liebte, und das tat ich, war ich nie eifersüchtig gewesen und der Gedanke, dass eine Gruppe von Männern meine Frau bewunderte, störte mich nicht wirklich. Naja, ich war doch stolz auf sie, oder? Sie war wunderschön, verdammt schön, sogar noch hübscher als in der ersten Nacht, als ich sie kennengelernt hatte. Ich nehme dich mit in die Bar, in der ich arbeite, Becky, bot Angie an. Nick, der Manager, wird dich ansehen und, wenn nötig, eines der anderen Mädchen entlassen. Und siehe da, es geschah. Ja, Nick gefiel meine Becky, und ob er nun jemand anderen entlassen hat oder nicht, weiß ich nicht, aber sie fing in der folgenden Woche an. Sie schien es zu genießen, vier oder fünf Abende pro Woche spät nach Hause zu kommen. Anscheinend verdiente sie mehr Trinkgeld, als Nick ihr Lohn zahlte. Es war etwas beunruhigend, dass Becky nicht wollte, dass ich sie in der Bar besuchte und behauptete, dass Nick, der Chef, keine Ehemänner und Freunde in der Nähe haben wollte, da sie das Image seiner attraktiven Bar-Mitarbeiterinnen ruinieren würden. Das hätte mir eigentlich Warnsignale senden sollen, oder? Was sollte ich tun? Zum Teufel mit ihm! Eines Abends, als ich von der Arbeit nach Hause kam und ein paar Pins mit meinen Kumpels getrunken hatte, und da ich wusste, dass Becky nicht zu Hause sein würde, machte ich einen Umweg und fand mich vor The Place wieder. Dummer Name, dachte ich, aber es war offensichtlich gut besucht mit Leuten, die ständig kamen und gingen. Warum nicht? Ich schlich mich vorsichtig durch die Eingangstür und drängte mich durch die überfüllte Bar, um zu sehen, ob ich Becky entdecken konnte. Verdammt nochmal! Ich sah nicht meine Frau, sondern eines der anderen Mädchen. Eine hübsche kleine Blondine mit einem netten Lächeln und guten Bein. Bis zu diesem Zeitpunkt war es mir nie in den Sinn gekommen, dass das Barpersonal verpflichtet sein könnte, eine Uniform zu tragen. Ich hatte nie darüber nachgedacht. Wackelige, hohe Absätze, winzige, kurze Shorts, die ihren Hintern entblößten und ein T-Shirt, beidem die untere Hälfte abgeschnitten zu sein schien. Lange Beine, nackter Bauch und ein mehr als angedeutetes Dekolleté, ein ziemlich heißer Anblick. Aber wo war Becky? Wo war meine Frau? Da war sie, oh, verdammt nochmal! Das Outfit, das sie trug, war genau wie das der kleinen Blondine, die ich gerade gesehen hatte, nur, dass es B.I. meiner Frau enger und noch kleiner aussah. Jesus, kein Wunder, dass sie so viel Trinkgeld bekommen hat. Was für eine Mischung aus Gefühlen! Verdammt! Die Hälfte von mir war rasend eifersüchtig auf die Menge an nackter Haut, die sie zur Schau stellte und ein Teil von mir, ja, dieser Teil, war aufgeregt, sie so entblößt zu sehen. In einem Moment der Panik überlegte ich, ob Beckys wilde Seite zurückgekehrt war. Einer der Kunden tätschelte ihr den Hintern und ich hielt den Atem an, während ich darauf wartete, dass sie reagierte. Aber nein! Sie drehte sich nur zu ihm um und lächelte. Sie sagte etwas, das ich nicht hören konnte, aber wenn es eine Art Standpauke war, dann nahmen es beide nicht allzu ernst. Ich hielt mich im Hintergrund und beobachtete Becky, wie sie mit ihren Kunden flirtete und scherzte, während sie die Drinks servierte und dem einen oder anderen Mann, der sich mit seinen Händen zu viel herausnahm, mit dem Finger drohte. Jetzt versteht mich und versteht mich gut. Ich hatte nichts dagegen, wenn die Männer mich ansahen. Verdammt! Ich fand es toll, wenn Becky im Sommer an den Strand ging. Aber Berührungen, Grabschen, Kneifen und so weiter waren etwas ganz anderes. Ich musste mich am Stuhl festhalten, um meine Wut im Zaum zu halten. Was zum Teufel dachte sich meine verdammt dumme Frau dabei? Hat sie das jeden Abend gemacht, wenn sie auf der Arbeit war? Hat es ihr Spaß gemacht, von allen und jedem so betatscht zu werden? Wie weit ließ sie sie gehen? Welche Freiheiten hat sie ihnen eingeräumt? Dann legte jemand von hinten den Arm um sie, packte Beckys Schulter und beugte sich vor, um sie auf den Nacken zu küssen. Was tat sie? Sie lachte nur und schob seine Hand beiläufig weg, als wäre es eine Kleinigkeit. Kein Wunder, dass meine Frau nicht wollte, dass ich sie bei der Arbeit sehe. Ich hatte genug. Wütend drängte ich mich vor und schob den Kerl von ihr weg. Vorsicht, Kumpel! schrie er mich wütend an. Verschwinde und such dir ein eigenes Date. Oh Gott, noch ein Betrunkener, hörte ich Becky schreien, die nicht erkannte, wer ich war. Schnell, jemand muss die Polizei rufen. In diesem Moment sah sie mir direkt ins Gesicht und mir wurde klar, was los war. Oh mein Gott, Rob, rief sie voller Schmerz und mit weit aufgerissenen Augen. Was machst du hier? Was ich hier mache, schrie ich sie an. Was glaubst du, was du hier machst? Ich habe ihre Antwort nicht gehört. Tatsächlich erinnere ich mich nicht mehr an viel von diesem Abend, obwohl ich mich vage daran erinnere, wie meine Faust das Kinn eines Typen traf. Ich glaube, ich wurde zweiter oder vielleicht sogar noch schlechter und ich erinnere mich vage daran, dass ich von ein paar großen Türstehern aus der Bar geworfen wurde. Kurz darauf zog mich jemand in den hinteren Teil eines Taxis. Alles in Ordnung, Rob, fragte mich dieser jemand, aber zu diesem Zeitpunkt war ich mir der Antwort nicht sicher. Ein Auge wollte sich nicht öffnen und meine Schulter schmerzte höllisch. Oh ja, und meine Faust tat auch höllisch weh, aber vielleicht war das ja auch ein wenig befriedigender. Als ich aus meinem einen gesunden Auge herausschaute, stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass die Frau neben mir niemand anderes als Angie war, die in ihrem Outfit ziemlich gut aussah. Was ist passiert? fragte ich meinen Engel. Wo ist Becky? Keine Sorge, Rob, sagte sie. Beruhige dich. Becky folgt uns in deinem Auto. Warum fuhr sie in meinem Auto mit? Warum war sie nicht in unserem Taxi? Und noch besser, warum waren wir nicht alle in meinem Auto? Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich bin wieder ein bisschen ausgeflippt. Ich vermute, dass Angie mich in ein Krankenhaus oder so hätte bringen sollen, aber wir hatten alle ein bisschen zu viel getrunken und keiner von uns konnte klar denken. Ich landete B.I. mir zu Hause in unserem wunderbaren Haus. Dann wurde ich ohnmächtig und ich glaube, Angie hat mich ausgezogen und ins Bett gelegt. Was zum Teufel? Sie hatte das alles schon mal gesehen, auch wenn es ein paar Jahre her war. Die Nachwirkungen. Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht, du Idiot? So kann man sich an einem Samstagmorgen begrüßen lassen, vor allem, wenn man einen Brummschädel hat, der alles andere in den Schatten stellt. Ich sah nur zu ihr auf, zu Becky, meiner Frau. Du dummer Idiot, Rob, wegen dir bin ich gefeuert worden, spuckte sie mir entgegen, aber mein Gehirn brauchte eine Weile, um die Fakten zu verarbeiten. Ah, begann ich zu sagen, aber ohne viel Erfolg. Halt den Mund, erwiderte sie. Du hast alles ruiniert. Ich habe einen gut bezahlten Job verloren und jetzt werden wir unser Haus verlieren. In diesem Moment kamen mir die Ereignisse des Vorabends wieder in den Sinn und ich spürte, wie meine Wut zurückkehrte. Ich habe alles ruiniert, fragte ich. Was ist mit dir? Was sollte ich denn tun, als ich sah, dass dieser Typ dich belästigt? Dieser Typ war ein guter Kunde von mir, du Idiot, fuhr Becky mich an. Er war einer meiner besten Trinkgeldgeber. Oh, verstehe, war meine hochmütige Antwort. Wenn sie dir also ein gutes Trinkgeld geben, dürfen sie dich belästigen? Er hat mich nicht belästigt, fauchte sie zurück. Ich habe es gesehen, Becky, antwortete ich wütend. Ich habe gesehen, wie er seinen Arm um dich gelegt hat und du hast nichts getan, um ihn aufzuhalten. Ach das, erwiderte meine Frau, ein wenig überrascht. Das war nichts, nur einer aus der Clique, der sich ein bisschen mit mir amüsiert hat, das ist alles. Ein bisschen Spaß, ein bisschen Spaß. Es macht dir Spaß, wenn Typen in Pubs dich anmachen, oder? Rob, rief Becky mit erregter Stimme. Du übertreibst. Wenn wir Mädchen gutes Trinkgeld bekommen wollten, mussten wir ein bisschen herumalbern akzeptieren. Warum glaubst du, waren wir so angezogen? Es hat dir nicht geschadet. Du hast nichts verloren. Wir starrten uns wütend an, beide wahrscheinlich besorgt, zu viel zu sagen und zu weit zu gehen. Ich war wütend, verletzt, enttäuscht von meiner Frau. Aber ich wollte nicht, dass dieser Vorfall unsere Ehe zerstörte. Es war vielleicht dumm von ihr, aber es war nicht so schlimm und ich hatte sie offensichtlich in eine Ecke gedrängt. Es war eine Ecke, in der keiner von uns beiden stecken bleiben wollte. Nun, ich wurde sowieso gefeuert, Rob, sagte sie schließlich in einem weitaus kontrollierteren Ton. Es tut mir leid, wenn dich das, was du gesehen hast, verärgert hat. Vielleicht hätte ich sie nicht so vertraut werden lassen sollen und ich werde sowieso nicht mehr dorthin zurückkehren. Schnelle Entscheidung. Ich denke, das war so ziemlich das, was einer Entschuldigung oder einem Eingeständnis, dass sie im Unrecht war, am nächsten kam. Ich hätte nachbohren können. Ich hätte den Streit weiterführen können. Aber in diesem Moment war ich noch immer von meiner Schlägerei am Vorabend angeschlagen und fühlte mich nicht danach. Wir ließen das Thema fallen und Becky legte sich neben mich und kuschelte sich liebevoll an mich. Wir küssten uns ein wenig und alberten herum und es war schon Mittag, bevor wir es schließlich schafften, aufzustehen und uns anzuziehen. Es vergingen zwei oder drei weitere Wochen, ohne dass Becky einen anderen Job fand, abgesehen von gelegentlichen Babysitterjobs, die kaum etwas einbrachten. Sie hatte einige Angebote erhalten, die jedoch alle dem vorherigen Angebot sehr ähnlich waren und gegen jedes einzelne legte ich mein Veto ein. Dann kam der Brief vom Anwalt. Im Namen der Mid-Shires Building Society. Und so ging es weiter. Wir hatten nur noch zehn Tage Zeit, um eine größere Rate für das Haus zu zahlen. Sonst würden wir es wirklich verlieren. Ich erwartete, dass Becky weinen und sich so aufregen würde wie bei der vorherigen Mahnung. Aber sie tat es nicht. Sie saß einfach nur da, in sich gekehrt und tief in Gedanken versunken und schloss mich praktisch von ihren Überlegungen aus. Nach einer Weile stand Becky auf und verließ den Raum. Ich hörte das Klingeln des Telefons, als sie es im anderen Zimmer abnahm. Wen sie anrief, wusste ich nicht. Aber ich sah einfach keine Möglichkeit, wie wir die geforderten 3000 Pfund auftreiben sollten. Als Becky wieder ins Zimmer kam, hatte sie einen ernsten Gesichtsausdruck und war sehr ernst. Ich weiß nicht, wie wir das Geld aufbringen sollen, Schatz, sagte ich zu ihr. Nicht so viel in so kurzer Zeit. Ich schon, sagte sie und schockierte mich damit. Ich weiß, wie wir das Geld auftreiben können. Ich überlegte angestrengt, wie wir aus diesem Dilemma herauskommen könnten. Ein Darlehen? Das Familiensilber verkaufen, das wir sowieso nicht hatten? Eine Bank ausrauben? Nein, ich persönlich sah keinen Ausweg, einfach keinen Ausweg. Unser Haus stand auf dem Spiel. Es wird dir vielleicht nicht gefallen, Rob, teilte sie mir freundlich mit. Aber hör mich wenigstens an. Das bedeutete, dass ich es auf Anhieb wusste, dass es mir nicht gefallen würde. Du kannst nicht mehr in einer dieser Bars arbeiten, rief ich voller aufgestauter Frustration aus. Haus oder nicht, meine Frau, meine Liebe, würde sich auf keinen Fall mit einer Gruppe halb betrunkener Rüpel abgeben. Nicht das, Rob, sagte sie leise. Das macht Angie, seit sie The Place verlassen hat. Ich hatte nicht einmal gewusst, dass Angie nicht mehr in der Bar arbeitete. Und ich hatte keine Ahnung, was sie jetzt tat. Was ist das denn? fragte ich sie, weil ich es wirklich wissen wollte. Nun, Rob, ich möchte nicht, dass du etwas Falsches denkst, fuhr Becky fort. Zieh keine voreiligen Schlüsse. Das werde ich nicht, sagte ich. Was macht sie? Wenn ich es dir sage, dann lass mich erklären, bevor du dich aufregst, sagte meine Frau, was Gelinde gesagt beunruhigend war. Sag es mir einfach. Versprich mir, dass du nicht wütend wirst. Ich verspreche es. Meine Frau holte tief Luft, seufzte und atmete tief durch. Das half ihr sehr, aber ich war schon zu weit weg, um es zu bemerken. Es könnte dir nicht gefallen. Sag es mir um Himmels Willen. Sie geht auf Dates, platzte es aus ihr heraus, und dann verzog sie das Gesicht und wartete auf meine Reaktion. Verabredungen? Was meinst du damit, sie geht auf Verabredungen? Was zum Teufel war das? Reg dich nicht auf, Rob, beruhigte sie mich. Es geht nicht um Sex oder so etwas. Angie geht nur mit einsamen Geschäftsleuten aus, die über Nacht in der Stadt sind. Einsame Geschäftsleute, ich hätte sie am liebsten angeschrien. Willst du mir sagen, dass Angie als Escort-Dame arbeitet? Nein, 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 schrie sie zurück. Hör mir zu, sie geht auf Dates und das ist alles. Es gibt keinen Sex, keine Berührungen, nichts. Sie leistet einfach einsamen Männern Gesellschaft für den Abend. Sie gehen nur mit ihr essen. Vielleicht tanzen sie höchstens mit ihr, aber das ist alles. Ich verspreche dir, Rob, das ist alles. Was für Männer? fragte ich, völlig verwirrt. Wie findet sie sie? Sie arbeitet für eine Agentur, Rob, fuhr meine Frau fort. Es sind hauptsächlich ältere Männer in den 50ern oder so. Sie sagt, dass sie meistens sehr wohlhabend sind. Das müssen sie auch sein, bei den Preisen, die die Agentur verlangt. Du meinst ein Escort-Girl, platzte ich heraus, als mir klar wurde, wovon sie sprach. Angie arbeitet als Escort? Sie geht mit Kunden aus? Sag das nicht, fuhr Becky mich an. Hör mir zu, ja? Ja, manche Escorts machen das, aber Angie geht nur mit Kunden essen. Und die Männer bezahlen dafür? fragte ich verwirrt. Männer bezahlen eine Frau, nur damit sie mit ihnen essen geht? Ja, Rob, antwortete sie. Und sie zahlen eine Menge Geld, wenn du hübsch genug bist. Sie genießen einfach die Gesellschaft hübscher, intelligenter, eleganter Frauen, wenn sie nicht zu Hause sind. Wie viel zahlen sie? Ich hätte nicht fragen sollen, aber ich war schockiert über die Zahlen, die sie mir nannte. Wow, antwortete ich. Die müssen reich sein. Das sind sie, Rob, das sind sie. Während ich darüber nachdachte, was Angie seit unserem letzten Treffen gemacht hatte, wurde mir langsam klar, dass meine Frau, die Frau, die ich liebte, vorhatte, dasselbe zu tun. Nein, Becky, sagte ich zu ihr. Auf keinen Fall. Ich lasse nicht zu, dass du dich mit anderen Männern triffst, egal wie reich sie sind. Aber dann verlieren wir das Haus, Schatz, flehte Becky. Es sind doch nur ein paar Abende pro Woche, einen Monat lang oder so, bis wir wieder auf eigenen Füßen stehen. Nein, Becky, sagte ich ihr bestimmt. Auf keinen Fall. Meine Frau geht mit niemandem aus, ob reich oder nicht. Sei nicht so albern, Rob, schrie sie. Wenn du denkst, dass ich zulasse, dass uns dieses Haus entgleitet, dann hast du dich aber getäuscht. Und wenn du denkst, dass ich dich mit anderen Männern ausgehen lasse, dann hast du dich geschnitten. Daraufhin starrte sie mich wütend an und verließ den Raum. Wir werden sehen, schoss es aus ihr heraus. Wir werden sehen, wer unser Haus rettet. Ich war wütend. Wären sie das nicht auch? Meine schöne Frau schlug vor, ihre Gesellschaft einem anderen Mann im Austausch für sein Geld anzubieten. Es spielte keine Rolle, dass sie nicht mehr tun würde. Ich hasste den Gedanken. Ich verabscheute ihn. Gewöhn dich daran, verkündete sie mir am nächsten Morgen. Ich mache es, ob es dir gefällt oder nicht. Ich werde dieses Haus auf keinen Fall verlieren, nur um dein Ego zu befriedigen. Das war es, was sie anging. Ich konnte sie nicht einsperren und den Schlüssel wegwerfen. Trotz meiner Proteste, Drohungen und Bitten bestätigte Becky ihre Absicht, ihren Plan durchzuziehen, ob ich es akzeptierte oder nicht. Es war nur eine Frage der Zeit. Ich fühlte mich so hoffnungslos, so unfähig, so gedemütigt. Becky war dabei, etwas zu tun, was ich auf keinen Fall wollte, aber meine Meinung zählte nicht mehr. Ich konnte nicht aus dem Haus gehen. Wir waren pleite. Ich konnte mir nicht einmal ein Hotelzimmer für die Nacht leisten, geschweige denn eine Wohnung oder irgendetwas anderes. Ich warnte sie, dass unsere Ehe ernsthaft gefährdet wäre, wenn sie ihren Plan weiterverfolge. Ist das nicht sowieso so, Rob? antwortete sie traurig. Bist du sicher, dass unsere Ehe überleben würde, wenn unser Haus zwangsversteigert würde? Wo würden wir dann leben? Wohin würden wir gehen? Leider hatte ich keine Antwort. Bitte akzeptiere es einfach, Rob, fuhr Becky fort und flehte mich diesmal an. Du weißt, dass du mir vertrauen kannst, Liebling, und ich verspreche dir, dass ich nichts Unangemessenes tun werde. Bitte, Rob, bitte. Ich hatte immer noch keine zufriedenstellende Antwort, außer zu sagen, dass wir uns noch hatten und dass nichts zählte, solange wir zusammen waren. Liebe bringt uns kein Essen auf den Tisch und kein Dach über dem Kopf, Rob, argumentierte sie. Als ich in der Bank gearbeitet habe, bin ich mit männlichen Kunden zum Mittagessen und manchmal auch zum Abendessen ausgegangen. Du hast dich damals nicht beschwert. Warum ist das jetzt so ein großes Problem? Das war etwas anderes, Becky, behauptete ich verzweifelt. Es war geschäftlich und sie haben dich nicht für das Vergnügen bezahlt. Das kommt darauf an, wie man es sieht, fuhr meine Frau fort, die sich ihr Argument offensichtlich schon im Voraus zurechtgelegt hatte. Ich wurde dafür bezahlt, sie zu unterhalten, damit sie mir Aufträge erteilten. Ist das so anders? Meine Firma hat mich und ein paar andere attraktive weibliche Führungskräfte genau dafür eingestellt und ich habe High Heels und kurze Röcke getragen und absichtlich den einen oder anderen Knopf an meiner Bluse offengelassen. Ist das nicht genau dasselbe? Natürlich ist das nicht dasselbe, rief ich aus, konnte aber in der Hitze des Gefechts keine klare Begründung dafür finden. Ich hatte einfach nie darüber nachgedacht, was sie getan hatte. Glaubst du, dass meine Kunden nicht versucht haben, mir unter den Rock zu schauen, Rob? Glaubst du, dass ich mich nie vorbeugte, wenn ich mit ihnen über Geschäfte sprach, um ihnen einen besseren Blick zu ermöglichen? Glaubst du wirklich, dass sie es nicht genossen haben, meine nackten Beine zu sehen? Glaubst du, dass ich mir nicht bewusst war, welche Wirkung ich auf sie hatte und dass ich es nicht zur Schau gestellt habe, um zu bekommen, was ich wollte? Aber du hast doch nichts weiter gemacht, Becky, antwortete ich etwas hilflos. Du bist nicht mit ihnen auf ihr Zimmer gegangen. Und das werde ich auch bei den neuen Kunden nicht tun, Rob. Es wird nur ein Abendessen sein, sie werden mich bewundern und vielleicht ein bisschen Dekolleté sehen oder so. Und das war's. Nicht mehr als deine Freunde bekommen, wenn ich mit dir in der Kneipe bin. Oh Gott, sie hatte auch recht. Wie oft hatte ich wissend gelächelt, nachdem ich einen meiner Freunde im Pub gesehen hatte, wie er sich verrenkte, um einen besseren Blick auf ihr Top oder ihren kurzen Rock zu erhaschen. Also nicht anfassen? Oh Gott, ich verlor diesen Streit und sie wickelte mich um den kleinen Finger. Habe ich das nicht schon immer gesagt, Rob, säuselte sie. Mach dir keine Sorgen, Schatz, alles wird gut. Ich bin immer noch nicht glücklich darüber, Becky. Gott, selbst ich fand, dass ich erbärmlich klang. Meine Frau kam in meine Arme und schmiegte ihren weichen, kurvenreichen Körper an mich, um mir zu versichern, dass alles in Ordnung sein würde und dass nichts zwischen uns beeinträchtigt würde. Sie redete weiter, bis ich sie küßte, um sie zum Schweigen zu bringen, aber da hatte ich die Diskussion wohl schon mehr oder weniger verloren. Dann passierte es. Ich kam eines Abends zur gewohnten Zeit von der Arbeit nach Hause und fand dort ihren Zettel. Liebster Rob, ich gehe heute Abend wie vereinbart aus und verspreche, vor Mitternacht wieder zu Hause zu sein. Dein Abendessen steht in der Mikrowelle und du musst sie nur einschalten. Zehn Minuten auf voller Leistung. Mach dir bitte keine Sorgen. Ich liebe dich. Ich liebe nur dich. Ich mache es wieder gut, wenn ich zurück bin. Küsse, Becky. Ich kann nicht beschreiben, wie ich mich fühlte, als ich diese Nachricht las und wusste, dass meine Frau Becky, meine liebe, wunderschöne Becky, an diesem Abend mit einem anderen Mann aus war. Ich saß stundenlang allein da, ohne zu trinken oder zu essen und wartete nur darauf, dass sie nach Hause kam. Dass meine Frau zu mir zurückkam. Die Zeit zog sich hin und jede Minute kam mir wie eine Stunde vor. Elf Uhr schien mir wie die letzte Woche im Dezember und ich saß immer noch da und wartete. Vielleicht ein Auto draußen? Ein Schlüssel in der Tür? All diese Geräusche wurden verstärkt, weil ich so lange darauf gewartet hatte. Das Geräusch ihrer High Heels, die vorsichtig den Flur entlang klapperten, in der Erwartung, dass ich vielleicht schon schlafe. Niemals. Ich spürte sie mehr, als dass ich sie sah, als sie in den Aufenthaltsraum schlich, ohne zu wissen, dass ich dort im Dunkeln saß. Ich hatte mich seit mehreren Stunden nicht bewegt. Ist es schon so spät? Ich erschreckte sie und sie zuckte vor Schreck zusammen. Warum bist du auf, Rob? fragte sie. Was hast du gemacht? antwortete ich. Nichts, erwiderte sie kurz angebunden. Ich hatte einen sehr angenehmen Abend mit einem charmanten Mann und es tut mir leid, wenn dich das stört, aber ich habe nichts getan, wofür ich mich schämen müsste. Oh, gut, fuhr ich fort. Ich hatte auch einen wunderbaren Abend. Zeitverschwendung. Wir waren irgendwie auf unterschiedlichen Wellenlängen, verfolgten unterschiedliche Ziele. Das war überhaupt nicht hilfreich. Ich gehe ins Bett, teilte mir Becky mit. Ich habe heute Abend nichts getan, was ich nicht hätte tun sollen, aber ich bin so frustriert. Bitte komm mit mir ins Bett. Damit drehte sie sich um und verließ den Raum und ich hörte ihre Schritte, als sie die Treppe zu unserem Schlafzimmer hinaufging. Vergiss es, dachte ich und legte mich auf dem Sofa schlafen. Ich schlief nicht gut aus allen möglichen Gründen. Die nächsten Tage waren schwierig, natürlich waren sie das. Wir sprachen kaum miteinander und die Atmosphäre war erdrückend. Sie wollte mir erzählen, was an diesem Abend mit ihrem Date passiert war, ihrem ersten Abend als Escort-Dame. Aber ich weigerte mich, ihr zuzuhören und jedes Mal, wenn sie das Thema ansprach, stand ich einfach auf und verließ den Raum. Ich glaube, ich hoffte, dass sie sich entschuldigen würde, mich um Verzeihung bitten oder so etwas und mir versprechen würde, dass sie es nie wieder tun würde. Aber sie tat es nicht. Drei Abende später, als ich nach Hause kam, war Becky oben in unserem Schlafzimmer und als ich hineinschaute, saß sie dort in BH und Slip und schminkte sich. Mein Herz machte einen Sprung, als ich bemerkte, wie schön sie war. Aber meine Augen wurden feucht, als mir klar wurde, dass sie sich nicht für mich, sondern für einen anderen, unbekannten Mann zurechtmachte. Wenig später kam Becky die Treppe in hochhackigen Sandalen und einem winzigen, schwarzen Minikleid hinunter, das wenig der Fantasie überließ. Was mich wirklich aufbrachte, war, dass ich das Kleid noch nie gesehen hatte. Es war neu und sie hatte es gekauft, um mit jemand anderem auszugehen. Oh, hast du dieses Kleid noch nie gesehen? entschuldigte sich Becky. Natürlich nicht. Ich habe es erst vor kurzem gekauft. Ich gehe heute Abend im George Hotel essen, also musste ich etwas Passendes anziehen. Ich stand schweigend da und erwähnte nicht, dass wir uns das Essen im George nur ein einziges Mal leisten konnten, und zwar an unserem Hochzeitstag vor ein paar Jahren. Vielleicht war ihr das inzwischen nicht mehr so wichtig. Ich ertrug diese Situation noch etwa eine Woche lang. So schockiert war ich von Beckys Verhalten, dass ich nicht in der Lage war, so zu reagieren, wie ich es eigentlich sollte. Ich konnte es nicht verstehen. Ich konnte nicht verstehen, warum ich nicht explodierte. Natürlich konnte ich sie nicht körperlich zurückhalten, aber ich hatte nicht die Entschlossenheit, sie zu verlassen und konnte es mir auch nicht leisten. Das Problem war, dass die Intimität zwischen uns sich unglaublich vermehrte, bis zu dem Punkt, an dem ich Mühe hatte, Schritt zu halten. Das war gut, aber aus den falschen Gründen. Nach ihrem vierten Date und mindestens einem weiteren neuen Outfit, das ich noch nie gesehen hatte, beschloss ich, dass sich unser gemeinsames Leben verschlechterte und es auf diese Weise bald unwichtig sein würde, ob wir das Haus behielten oder nicht. Ich begann, dieses Haus zu hassen. Ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder ich trennte mich von Becky und beendete wahrscheinlich meine Ehe oder ich nahm hin, was sie tat und akzeptierte es. Die erste Option schien für immer zu sein und die zweite für eine begrenzte, wenn auch unbekannte Zeit. Ich rechnete mir aus, dass, wenn ich einfach durchhielt, die Wirtschaft sich irgendwann erholen würde und sie einen anderen richtigen Job finden würde oder dass wir schlimmstenfalls die Hypothekenrückstände aufholen würden und sie keinen Grund oder keine Ausrede mehr hätte, mit ihren Dates fortzufahren. Ich entschied mich für die zweite Option. Ob richtig oder falsch, ich beschloss, ihr zu folgen, da ich mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen konnte. Sie müssen verstehen, dass es für uns war und nicht für das Haus. Also? Als ich an diesem Abend das Haus betrat, ging ich direkt in die Küche, wo der köstliche Duft von gebratenem Lammfleisch verriet, wo sie war und was sie tat. Ich umarmte sie und erklärte mich bereit, ihre Entscheidung zu akzeptieren. Wow! Sie drehte sich um, umarmte mich und küßte mich und ehe wir uns versahen, rissen wir uns gegenseitig die Kleider vom Leib wie in einem Rausch. Was für ein Abend, was für eine Nacht! Die einzige Enttäuschung war das Lamm. Ich habe es nicht gegessen. Ich habe es vergessen. Ich habe es verbrannt. Wirklich schade. Am nächsten Tag setzten wir uns zusammen und besprachen alles. Ich will nichts über das Wissen, was Du bisher getan hast, aber von jetzt an möchte ich, dass Du mir alles darüber erzählst, mit wem Du zusammen bist, wohin Du gehst, was Du tust. Das schien eine vernünftige Bitte zu sein und sie stimmte zu. Ich gehe morgen Abend mit einem Typen aus, sagte sie mir. Wir gehen ins Theater und dann auf einen Empfang. Ich war überrascht, als ich herausfand, dass nur wenige ihrer Verabredungen tatsächlich zum Abendessen waren. Die meisten waren Theaterbesuche und Empfänge. Aber viele waren einfach nur, weil ein Typ eine Partnerin an seiner Seite brauchte, um Eindruck zu schinden. Und je hübscher das Mädchen, desto besser. Ich begann mich fast schon etwas entspannter zu fühlen. Ich ließ ein wenig meine Deckung fallen. Und so kam es, dass ich am nächsten Abend zusehen musste, wie meine Frau, meine Frau, die Liebe meines Lebens, sich fertig machte, um mit jemand anderem auszugehen. Warum musst du diese schicke Unterwäsche anziehen? fragte ich sie. Ich wollte es wissen. Ich musste es wissen. Ich fühle mich einfach besser damit, antwortete sie. Er wird es nicht sehen, aber es macht mich einfach in Stimmung. Okay. Gute Antwort, aber verdammt nochmal dieses Haus. Einige Stunden später ein paar Cognacs, um mich zu stärken, und ich saß da und wartete darauf, dass Becky nach Hause kam. Trotz meiner Entschlossenheit war es nicht einfach. Sie hatte mir erzählt, dass einige der Ehemänner der Mädchen es aufregend fanden, sich ihre Frauen mit anderen Männern vorzustellen. Ich konnte dem nicht folgen, aber ich dachte darüber nach. Und je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr konnte ich die Anziehungskraft verstehen. Für mich war das immer noch nichts, aber vielleicht könnte ich mich damit anfreunden. Vielleicht würde es meine Qualen lindern. Es gab mir eine Art Halt, denke ich. Was für ein Gedanke. Sie kam nach Hause. Sie sah nicht anders aus, nur ein wenig müde. Hattest du eine schöne Zeit? fragte ich, und meine lässige Haltung verbarg den Aufruhr, der in mir brodelte. Ja, es war toll, Rob, antwortete sie lässig. George war wirklich nett zu mir und ich habe so viele interessante Leute kennengelernt. Ein paar Politiker, einen Zeitungsmann und diesen Nachrichtensprecher, den du so magst, von Sky Television. Ich wusste nicht, wen sie meinte und fragte nicht nach, da ich Mühe hatte, meine Eifersucht zu verbergen. Sie bewegte sich bereits in Kreisen, die mir unbekannt waren. Und was habt ihr dann gemacht? fragte ich nervös, besorgt über die Antwort. Habt ihr... Nun, das heißt, hat er... Naja, irgendwie... Wir haben nichts gemacht, Schatz, unterbrach mich Becky. Er hat mir einen Kuss auf die Wange gegeben, als er mich ins Taxi gesetzt hat, und das war's. Wir starrten uns einige Augenblicke lang an. Ich war sprachlos, aber ich glaube, ich war erleichtert. Bring mich ins Bett, Liebster, schlug sie schließlich vor. Ich brauche dich, Schatz, ich brauche meinen Mann. Drei Nächte später ging Becky wieder auf ein Date, diesmal mit einem Typen namens Peter, der eine hübsche Begleiterin für die Eröffnung einer Galerie in der Stadt brauchte. Sie kam relativ früh nach Hause, mit einem leicht gelangweilten Gesichtsausdruck und fiel mir begeistert um den Hals. Gott, was für ein langweiliger alter Kerl, rief Becky aus, als wir wieder zu Atem kamen. Er hat die ganze Nacht nicht aufgehört zu reden und alles, worüber er reden wollte, war moderne Kunst. Ich dachte, du magst moderne Kunst, antwortete ich überrascht. Vielleicht, erwiderte sie kurz, aber nicht den ganzen Abend lang und nicht, wenn wir die ganze Zeit von seinen albernen Bewunderern umgeben waren. Groupies? Ja, fuhr sie beiläufig fort. Peter Martin, er scheint immer von Groupies umgeben zu sein. Peter Martin? Ich war schockiert. Dieser Peter Martin, der Rocksänger aus den 70ern? Du warst mit Peter Martin aus? Ja, natürlich. Ihre Lässigkeit war äußerst beunruhigend. Aber er ist ein berühmter Flirt. Er hatte die Hälfte der Starlets im Fernsehen. Das glaube ich nicht, sagte Becky zu mir. Glaub nicht alles, was du in der Presse liest, Rob. Er war harmlos. Er hat nicht einmal versucht, mich zu küssen. Na so was. Das war ja mal was anderes. Ich weiß nicht, was mich mehr überrascht hat. Dass meine Frau tatsächlich den Abend mit jemandem verbracht hatte, der so berühmt war, oder dass die Geschichten über ihn falsch waren. Vielleicht nicht falsch. Vielleicht nur etwas veraltet. Wie dem auch sei, ich war erleichtert, als ich herausfand, dass reiche Männer tatsächlich dafür bezahlen würden, nur mit Becky zusammen zu sein. Ohne Hintergedanken. Vielleicht hatte ich mir zu viele Sorgen gemacht. Ich weigerte mich, die leichte Enttäuschung darüber zuzugeben, dass etwas nicht passiert war, da ich das zu kompliziert fand, um es zu verstehen. Das Wochenende war frei, da die reichen Männer zweifellos zu ihren Frauen zurückkehrten. Wer weiß. In der folgenden Woche gab es zwei weitere Dates, die beide nichts Ungewöhnliches brachten. Wenn Becky die Wahrheit sagte und ich hatte keinen Grund, ihr zu misstrauen, dann war das wirklich leicht verdientes Geld und wir würden bald unsere Hypothek abbezahlt haben und wieder zur Normalität zurückkehren können. Das nächste Mal wurde es jedoch schon etwas brenzlig, als sie von einer Veranstaltung in der Stadt viel später als sonst nach Hause kam. Warum kommst du so spät nach Hause? fragte ich sie, als sie nach Hause kam. Entschuldige, antwortete sie, aber John wollte, dass ich noch mit in die Wohnung eines Freundes gehe, um etwas zu trinken und es war schwierig, das abzulehnen. Du hättest mich anrufen können. Tut mir leid, Rob. Vielleicht hätte ich das tun sollen. Ich versuche, dich das nächste Mal anzurufen. Nächstes Mal, erwiderte ich. Du meinst, du wirst wieder so spät kommen? Wahrscheinlich, Rob, sagte sie und starrte mich an. Die Agentur sagt, ich sei eine ihrer beliebtesten Mädchen und sie bekommen immer mehr Anrufe für mich. Beliebteste Mädchen, was sollte das bedeuten? Sei vorsichtig, Becky, riet ich ihr. Sie werden dich als nächstes dazu drängen, mit den Kunden ins Bett zu gehen. Ihre Antwort ließ ein leichtes Zögern erkennen, das jedoch nicht zu übersehen war. Das tun sie bereits, Rob, informierte sie mich leise. Sie fragen immer wieder, aber ich sage immer wieder nein. Sie sagen mir immer wieder, dass ich mein Einkommen verdreifachen könnte, aber ich sage immer wieder nein. Das war einerseits eine gute Nachricht, aber andererseits klang es, als würde sie aus dem falschen Grund nein sagen. Nicht, weil sie nicht wollte, sondern wegen mir. Gott, das war verwirrend und es herrschte lange Stille, während wir uns gegenseitig ansahen. Mein Date heute Abend, David, platzte sie dann heraus. Ich habe ihn geküsst. Du meinst, du hast ihm einen Gute-Nacht-Kuss gegeben, Becky, krächzte ich und hoffte, dass es nur ein Kuss auf die Wange war. Nein, Rob, fuhr sie fort und starrte mich an, um meine Reaktion abzuwarten. Ich meine, ich habe ihn geküsst, richtig geküsst, er hat mich in seinen Armen gehalten und wir haben uns eine Weile geküsst. Oh nein, ich musste ihren Blick erwidern, was mir auch gelang, obwohl mir der Magen umschlug, als ich verstand, was sie sagte. Das war nicht mehr lustig, das war es nie. Wir haben den Rückstand auf das Haus fast abbezahlt, Becky, stotterte ich unglücklich und versuchte, das Thema zu wechseln. Ich denke und bestehe darauf, dass du mit diesem Unsinn aufhörst und nicht mehr für diese Agentur arbeitest. Ich wusste, dass ich früher hätte durchgreifen sollen, aber jetzt war sie zu weit gegangen. Willst du nicht wissen, was ich heute Abend noch gemacht habe, Schatz? sagte Becky und lenkte mich von meinem Ziel ab. Ich kann mir keine schlimmere Frage vorstellen, die man in einer solchen Situation stellen könnte. Ich wollte es nicht wissen, aber ich wusste, dass ich es musste. Ich zuckte einfach resigniert mit den Schultern. Anstatt es mir zu sagen, öffnete Becky die Knöpfe ihrer Bluse und streifte sie von den Schultern. Zu meinem Entsetzen trug sie keinen BH und ihre Brüste lagen nackt vor mir. Normalerweise hätte mich dieser Anblick nicht abgeschreckt, aber Becky ging in letzter Zeit nie ohne BH aus dem Haus. Es war ihr unangenehm. Wo ist dein BH? Was für eine dumme Frage und ich wünschte, ich hätte sie mir verkniffen. Was denkst du denn, Rob? Mehr hatte sie nicht zu sagen und ich sah mein sonst so angenehmes Leben vor meinen Augen zerfallen. Hast du nichts zu sagen, Schatz? fragte Becky nervös, als die Stille zu lange anhielt. Nicht viel, antwortete ich niedergeschlagen. Tut mir leid, Schatz, murmelte sie. Es tut mir wirklich ehrlich leid. Ich muss sagen, dass mich der Gedanke, dass ein anderer Mann Becky anfassen könnte, nicht im Geringsten berührte. Mir wurde einfach nur schlecht. Das Leben trieb irgendwie dahin. Keiner von uns war bereit, dem anderen nachzugeben. Aber auch keiner hatte die Willenskraft oder war es ausreichend Bitterkeit, um es zu beenden. Aber natürlich konnte es so nicht weitergehen. Und als Becky eines Morgens um sieben Uhr nach Hause kam, als ich mich gerade für die Arbeit fertig machte, stellte ich sie zur Rede. Hast du mich so sehr, dass du mich auf diese Weise quälst? Fragte ich sie aufgebracht, aber ruhig, ohne die Beherrschung zu verlieren. Ich hasse dich nicht, Rob. Ich liebe dich noch genauso wie früher, antwortete Becky genauso ruhig wie ich. Das ist eine seltsame Art, das zu zeigen. Du hast wohl recht. Tut mir leid, Schatz. Mit wem warst du dann heute Abend zusammen? Ich redete weiter, weil mir nichts anderes einfiel. Peter, antwortete sie. Peter Martin. Du hast gar nicht gesagt, dass du dich wieder mit ihm triffst, bemerkte ich, ehrlich überrascht. Du hast nicht gefragt, war die einzige Antwort, die ich bekam. Aber du hast mir gesagt, dass er langweilig ist, Becky. Ich habe übertrieben, Schatz, sagte sie mit Tränen in den Augen, als sie mich traurig ansah. Es gab viele Dinge, die ich dir nicht erzählt habe, viele Dinge, über die ich gelogen habe. Aber warum, Becky? Warum? Flehte ich sie an. Wir hatten so eine gute Sache am Laufen. Warum musstest du? Meine Rede versiegte, als mir die Luft ausging. Es war das Leben und das Abenteuer, Rob, sagte sie zu mir. Immer mit neuen Typen auszugehen, wie damals, als ich noch so viel jünger war und nie genau zu wissen, wohin es führen würde. Nur, dass es diesmal reiche und mächtige Männer waren. Männer, die sich nahmen, was sie wollten, ohne zu fragen und die mich an Orte mitnahmen, die ich mir nie hätte vorstellen können. Sie nahmen mich mit, um berühmte Leute zu treffen. Sie fuhren mit mir in Ferraris und Aston Martins, Rob. Es gibt noch viel, was du mir nicht erzählt hast, Becky, sagte ich feierlich. Ich nehme an, ich weiß nicht einmal die Hälfte davon. Becky schluchzte. Ich glaube, es war echt. Als ich dir vor zwei Wochen erzählt habe, dass ich das Wochenende mit meiner Tante in Durham verbracht habe, war ich eigentlich auf einer Yacht in Südfrankreich, Rob. Peter hat mich eingeladen und ich habe alle Mitglieder seiner alten Rockband kennengelernt. Und ich war ein Fan von ihnen, erinnerte ich mich traurig. Ich habe an dem Wochenende eine ihrer alten Platten aufgelegt und ich nehme an, du hast die Zeit mit allen verbracht. Nicht mit allen, Schatz, schluchzte Becky mir ins Gesicht. Ich und die anderen vier Mädchen haben die meiste Zeit des Wochenendes nackt in der Sonne gelegen und es wurde viel gefummelt und so, aber der Einzige, der Sex mit mir hatte, war Peter. Nicht zum ersten Mal nehme ich an, fuhr ich fort, um mich selbst zu quälen. Sie zuckte nur mit den Schultern. Wir frühstückten zusammen, als hätte es das Gespräch nie gegeben, beide tief in Gedanken versunken, beide fragend, was wir sagen sollten und was wir tun wollten. Wir könnten es immer noch schaffen, Rob, sagte die Frau, die vorläufig noch meine Frau war, mit kaum mehr als einem Flüstern. Ich liebe Peter überhaupt nicht. Ich mag ihn sehr und bin von seinem Lebensstil begeistert, aber nicht so, wie ich dich liebe. Kannst du dann darauf verzichten? Ich klammerte mich an Strohhalme, war verwirrt, aber selbst in diesem Moment nicht bereit aufzugeben. Ich weiß nicht, Rob, wimmerte Becky. Ich könnte es versuchen. Nun, es ist deine Entscheidung, Becky, fuhr ich fort. Ich werde das einfach nicht mehr hinnehmen. Ich hätte schon vor Wochen meinen Standpunkt klarstellen sollen und jetzt wird mir klar, was für ein Narr ich war. Ich muss jetzt zur Arbeit gehen, also kannst du den Tag damit verbringen, darüber nachzudenken und wenn ich heute Abend zurückkomme, brauche ich deine Entscheidung. Entweder du wirst wieder meine Frau und wir versuchen, eine Lösung zu finden oder wir sind am Ende. Aber so oder so verkaufen wir dieses Haus. Mit dieser Aussage verließ ich das Haus. Becky sprang auf, um mich in die Arme zu schließen, aber ich hielt sie zurück. Erst wenn du dich entschieden hast, Becky, dann sehen wir weiter. Der Tag war schrecklich. Nun, das muss ich Ihnen wohl kaum sagen, oder? Ich grübelte den ganzen Tag darüber nach, ob ich das Richtige tat. Sollte ich meinem Herzen folgen und es noch einmal versuchen oder meinem Verstand und es beenden? So oder so musste Becky sich zuerst entscheiden und bis sie es tat, hatte ich den zweifelhaften Luxus, keine endgültige Entscheidung treffen zu müssen. Die Zeit bis 1730 Uhr schien endlos zu dauern, aber in vielerlei Hinsicht fürchtete ich mich vor ihrer Ankunft. Die Heimfahrt war nicht besser und jede Ampel schien mich zu verspotten. Als ich vor meinem Haus ankam, holte ich tief Luft und ging leise hinein, während ich hörte, wie Becky in der Küche fröhlich vor sich hin summte. Ihr Summen konnte nur eines bedeuten. Sie war gut gelaunt, ja sogar glücklich und das konnte nur bedeuten, dass sie beschlossen hatte, ihr anderes Leben aufzugeben und mein Ultimatum akzeptiert hatte. Obwohl ich wusste, dass schwere Zeiten vor uns lagen und obwohl ich mir nicht sicher war, ob ich akzeptieren konnte, was sie getan hatte, war ich glücklich. Zumindest würden wir es versuchen. Zum ersten Mal seit langem ging ich mit einem Gefühl der Leichtigkeit in die Küche und begrüßte meine Frau. Hallo, Schatz, schön, wieder zu Hause zu sein. Was gibt es zu essen? Hallo, Rob, kam die Antwort. Lamm, ich glaube, das ist dein Lieblingsessen. Meinst du, das ist mein Lieblingsessen? Was machst du hier, Angie? fragte ich, nachdem ich mich vom ersten Schock erholt hatte. Wo ist Becky? Sie hat mich gebeten, vorbeizukommen und das Abendessen für dich zu kochen, Rob, informierte mich Angie. Becky musste kurz etwas erledigen. Sie musste kurz weg, wiederholte ich verwirrt. Wohin? Wann kommt sie wieder? Irgendwo mitten im Mittelmeer, sagte Angie. Und ich glaube nicht, dass sie vorhat, zurückzukommen. Okay, ja, ich weiß, das musst du mir nicht sagen. Es war das Beste, was mir passieren konnte und so weiter. Ich war zu nachsichtig mit ihr und ließ ihr zu viele Freiheiten. Sie würde sich nie ändern und hatte sich vielleicht seit ihrer Studienzeit nie geändert. Ich war besser dran, ohne sie. Angie blieb über Nacht und tröstete mich über meinen Verlust hinweg. Sie fing sogar noch vor mir an zu weinen. Wir verbrachten die Nacht zusammengekuschelt auf dem Sofa, aber außer einem züchtigen Gute-Nacht-Kuss passierte nichts. Am nächsten Tag unterhielten wir uns lange und ausführlich und Angie erzählte mir eine ganze Reihe weiterer Dinge über meine Frau, die ich zwar vermutet hatte, aber nie mit Sicherheit wusste. Sie sagte mir, dass Becky ihr aufgetragen hatte, mir zu sagen, dass sie mich so sehr liebte, dass sie es nicht ertragen konnte, mich noch einmal so tief zu verletzen. Ihre einzige Möglichkeit war es, mich zu verlassen, damit ich mein Leben mit jemand anderem neu beginnen konnte. Mein Leben neu beginnen, murmelte ich. Mit wem? Wie wäre es mit mir? flüsterte Angie kaum hörbar und blickte auf ihre Füße. Nun, daran hatte ich noch nie gedacht und Angie war die ganze Zeit da gewesen. Angie war diejenige, die ich am meisten gemocht hatte, als wir uns zum ersten Mal begegnet waren. Verrückt, ich weiß, aber warum nicht? Und so begannen wir unsere Beziehung. Es war anfangs wirklich seltsam, da sie die beste Freundin meiner Frau gewesen war und wir uns vor langer Zeit schon einmal geliebt hatten. Wir küssten uns erst beim dritten oder vierten Date leidenschaftlich und es dauerte noch zwei weitere Dates, bis ich mich wieder an ihren schönen, zierlichen Körper gewöhnt hatte. Es war atemberaubend und während ich sie streichelte, fragte ich mich, was ich an Beckys anderer Ausstrahlung so interessant fand. Ob mit oder ohne Kleidung, Angie hatte wirklich einen umwerfenden Körper. Das ist wohl eine Frage der persönlichen Vorlieben. Und wie ich bereits sagte, war ich schon immer ein Fan von schönen Beinen. Und wenn ich das wollte, dann gab es einfach keine besseren Beine als die beiden, die Angie in Bewegung hielten. Schließlich wurden wir intim. Nein, entschuldige, wir liebten uns. Eine wunderbare, wunderbare Liebe. Ich will euch nicht mit den Details langweilen, denn das würde diese Geschichte nur abschwächen. Benutzt einfach eure Fantasie. Glaubt mir, so ist es besser. Obwohl ich wusste, dass sie inzwischen einen neuen Job BI einer anderen Versicherungsgesellschaft angenommen hatte, fragte ich sie nach ihrer Tätigkeit BI der Begleitagentur. Sie wissen ja, einmal und nie wieder. Es war nur zweimal, informierte mich Angie. Die beiden waren überall an mir, betatschten mich und ich hasste es. Ich habe keine Ahnung, wie Becky das ausgehalten hat. Ich nehme an, sie wollte ihr geliebtes Haus retten, kommentierte ich sarkastisch. Da hast du wohl recht, stimmte Angie kichernd zu. Was wirst du jetzt damit machen? Verkaufen, antwortete ich. Ich hasse das Haus. Möchtest du bei mir einziehen? bot sie an und ich stimmte begeistert zu. Und dann? Erst als ich das Haus zum Verkauf anbot und mit dem Notar sprach, erfuhr ich, dass Peter Martin die gesamte Hypothek abbezahlt hatte. Eine Art Anzahlung auf meine Frau vielleicht. Gott segne ihn. Und ob sie es glauben oder nicht, das meine ich wirklich so. Die Beziehung zwischen Angie und mir hat sich zu etwas ganz Besonderem entwickelt. Sie hat mir erzählt, dass sie seit der Universität eine Kerze für mich angezündet hat und oft den Tag bereut hat, an dem sie sich von meinem Freund Nigel verführen ließ, als ich beim Tennistraining war. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass ich jetzt in jeder Hinsicht mit der Besseren von beiden zusammen bin. Und ich habe Beckys andere Reize gerne gegen Angys straffen Körper und die besten Beine der Welt eingetauscht. Übrigens ist sie auch ein sehr nettes Mädchen und wir werden bald herausfinden, was für eine Mutter sie sein wird. Ich mache mir keine Sorgen. Und Becky? Ja, was ist mit ihr? Ich will ihr nichts Böses, aber es hätte auch besser laufen können. Peter Martin behielt sie monatelang und dann erwischten ihn die Zeitungen, als er einen Nachtclub mit einer jungen Person verließ. Wäre nicht so schlimm gewesen, wenn es ein Mädchen gewesen wäre. Sein Ruf war ruiniert und wir werden sehen, ob er sich davon je wieder erholt. Soweit ich weiß, arbeitet Becky wieder in der Agentur, obwohl ich vermute, dass sie jetzt als vollwertige Prostituierte gilt. Wenn Angie es weiß, dann spricht sie nicht mit mir darüber und damit bin ich zufrieden. Ich nehme an, dass meine Ex-Frau jetzt viel Geld verdient, aber ist sie glücklich? Ich weiß es nicht, aber ich bin es und es ist mir nicht mehr wirklich wichtig. Untertitelung. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020